WäreCard Romania SA erfolgreich an den führenden europäischen Zahlungsdienstleister Siebs verkauft? Im Investorenprozess für die Verwertung der von der Wirecard Sales International Holding GmbH, kurz WDSI, gehaltenen internationalen Beteiligungen der Wirecard-Gruppe konnte ein weiterer Fortschritt erzielt werden. Der vom Insolvenzgericht München bestellte Insolvenzverwalter der WDSI und der Wirecard AG, Rechtsanwalt Dr. Michael Jaffe von der Kanzlei Jaffe Rechtsanwälte Insolvenzverwalter, hat alle Aktien an der WäreCard Romania SA erfolgreich an den führenden europäischen Zahlungsdienstleister Siebs verkauft. Wirecard Romania bietet seit mehr als 25 Jahren Zahlungsdienstleistungen und die dafür notwendigen Technologielösungen für alle großen Banken in Rumänien an und bedient auch Banken in Moldawien. Ihre Tochtergesellschaft Romcard nimmt eine führende Position im rumänischen Zahlungsverkehr ein. Mit der weiteren Tochtergesellschaft Superart Solutions & Services verfügt sie über einen hohen Marktanteil auf dem Markt für händlerbezogene Valuet-Services, einschließlich Treusystemen und End-to-End-Marketing-Aktivitäten. Die Gesellschaften haben ihr Geschäft unabhängig vom Konzern geführt. Sie führen dieses ohne Unterbrechung und mit einer starken operativen Aufstellung fort. Der Kauf wurde heute vollzogen. Siebs führt den Betrieb nahtlos fort. Siebs ist ein vollintegrierter Zahlungsdienstleister mit einer marktführenden Position in Portugal und einer bedeutenden Stellung in wachstumsstarken Ländern in Europa und Afrika. Siebs bietet ein breites Spektrum von digitalen und E-Commerce-Lösungen über ATM und Post-Netzwerke, Kartenprodukten und Personalisierungen an. Durch die Transaktion erschließt sich Siebs den rumänischen Markt und dehnt dadurch ihre Stellung und Bedeutung in Osteuropa weiter aus. Mit dem Verkauf von Wirecard Romania haben wir einen weiteren Erfolg bei der Verwertung von Wirecard-Beteiligungen im Interesse der Gläubiger erzielen können. Auch für weitere internationale Tochtergesellschaften gibt es erhebliches Interesse. Insbesondere für die PT Prima Vista Solusi, die PT Wirecard Technologies Indonesia Klammer auf beide Jakarta Indonesien Klammer zu, und die Wirecard Company Limited in Vietnam sind wir dabei im fortgeschrittenen Verkaufsprozess, so Insolvenzverwalter Dr. Juristisch Michael Jaffe. Die Gesellschaften teilen die Siebs-DNA. Siebs ist ein führender Zahlungsdienstleistungsanbieter, der mehr als 300 Millionen Nutzern in mehr als 10 Märkten verbesserte Zahlungslösungen bietet. Mit der Übernahme der Geschäfte werden wir als Gruppe die praktischsten, sichersten und innovativsten Lösungen für den rumänischen Markt bieten, kommentierte Siebsgruppen CEO Madalena Tomei. Siebsgruppen CEO Madalena Tomei